Wow, hallöschön, Amy ist hier. Also sie haben mir ja gesagt inhaltlich was auf mich zukommen wird und dann haben sie mir gesagt, ich stehe in einer cave und alles ist so unreal engine, aber für mich ist das hier sowas von real. Was ist das für die Uncertainty? Weil wir die Uncertainty haben, mussten wir alle unsere Pläne machen. Wir haben eine Live-Event, und in Mitte April, wegen des Covid-19, haben wir gesagt, wir können nicht mit diesen Plänen gehen. Wir müssen das in eine fully Digital-Event. Und deshalb haben wir dann die gesamte Industrie, wenn es um Virtual Productions geht, wenn es um Broadcastingstudios geht, etc. Und dann, nach einem Zeitpunkt, haben wir die konklusion, dass diese LED-Cave ist die beste der besten. Die interessante Idee ist, dass wir in ein paar Szenen gehen und die Leute, die die Präsentation machen, sind wirklich in der Szene. Und dann, als wir rausgehen, wollen wir diese Illusion zuerstören, sodass wir, oh nein, sie sind in der Szene. Das Back-and-Forth zu spielen, mit den Späßen, mit den Impressions, ist wirklich, wirklich spannend für uns. Alles reagiert auf die Kamera-Motion, und es fühlt sich wirklich viel mehr natürlicher, und es trittet sich in die Hoffnung, dass die Leute wirklich in der Welt sind. Für die perfekte Illusion, muss man sich auf eine physische Größe verbinden. Wenn, zum Beispiel, ein Mensch ist zu groß, wirklich weit entfernt, dann wird die Spatial-Impressions total krass, weil es falsch ist. Ja, wenn Andreas kam mit dieser Idee, um Unreak-Content zu produzieren, haben wir gesagt, okay, all right, niemand hat es noch nie gemacht. Wir haben es noch nie gemacht. Tag Leute, so, jetzt wird der Amis ein bisschen hübsch gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich liebe die Simplicität des Designs. Ich liebe die Forresten, auch. Die Supercar Blondie, wo man die Wooden und die Stars und es sparkles, und es sieht so toll aus, wie in eine fairy-tale. Es ist einfach so, es ist schön, es ist eine schöne Farbe. Und das Mini mit der Basketball-Kurt, das sieht ziemlich cool aus. Es fühlt sich so, es ist calm, es ist einfach schön. Es ist einfach so, es ist einfach so. Jumping into diese Welt, going out, going to the other one. Du fühlst dich nicht so, es ist einfach so, es ist ein einfaches Ort. Und das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten. Du fühlst dich nicht so, es ist einfach so wichtig. Du bist du ein absolutamente tier-s neimdog-, NiimAN- çekheków, grenz Cheren Tenkl. Debbie mit ihr in einemoperation wichtig, Putz zu nehmen. Das ist gibb das schön. Oh, nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017